Aber man braucht es halt eben für DayZ und ich finde das Spiel ist richtig, richtig geil. Und wenn man zusammen spielt, ich zocke das ja mit Kumpels zusammen, und da kann man ins Krankenhaus gehen, da kriegt man eine Bluttransversion, weil wenn man unter Blut kann man sich aber nur gegenseitig geben, man kann sich das niemals alleine geben. Wenn man das Spiel alleine spielt, kann man nur durch Essen Blut gewinnen. Wenn man hier so den fetten Hügel hochlauft, wenn man jetzt genau zum Hügel hochgeht, dann kann man nur gehen, aber wenn man so seitlich ist, dann kann man den Leuten das abhängen, ja. Ja, schreibt doch mal in die Kommentare, ob ihr selber DayZ zockt, oder DayZ, DayZ, DayZ. Guck ich mal diesen Hang hier an. Leider ist es so, dass ich dieses Spiel nicht höher spielen kann als 640x480, das zahlt zum Kotzen. Aber was will man machen? Was will man machen? Und vielleicht zocken wir ja irgendwann mal alle zusammen. Ich mach mal so ein DayZ-Wochenende, treffe uns alle auf dem Server, auf eine niedrige, wo eine niedrige Population ist, und dann drauf da. Cool wäre es halt eben, wenn ich noch einen Kompass finden würde. Da kann ich einigermaßen abschätzen, wo ich hier so bin. Da ist ein Karnickel. Ich hab eben ein Kaninchen abgeschossen, aber das stand direkt vor mir. Ein Kaninchen würde nur ein Stück Fleisch bringen. Und da jetzt hinterher zu jumpen, das macht keinen Sinn, außer ist das eine Kugel weg. Ein Kaninchen! Vielleicht treffen wir ja gleich noch eine Kuh, ein Schwein oder ein Schaf. Aber hier so eher nicht. Wir sind jetzt erstmal im tiefsten Wald. Unten rechts dieses Symbol, diese kaputte Kette da, die da... ist wohl die Server-Connection oder sowas. Oder Ping ist schlecht. Er spielt halt eben noch im Alpha, ne? Das ist auch manchmal sehr schwer, einen Server zu finden. Friso was killed, ey. Wow, endlich mal einer gestorben. Ah ja, aber wenn man einen abschießt... Ähm... Nochmal gekillt... Ah, der hat sich dann... Der ist falsch gespawnt, der Kamerad. Hat dann gesagt, ey, hier will ich nicht spawnen. Ich will woanders spawnen. Ja. Wir fangen erstmal ganz locker mit dem Game an. Und wir sind ja, wie man hier noch sieht, nur so... Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Elf Leute auf dem Server. Und das auf einem 250 Quadratkilometer großen Gebiet ist relativ, ähm... unwahrscheinlich, dass man eintrifft. Das ist hier eine Straße. Weiter im Wald. Ich renne jetzt noch schnell hinter die Kuppe. Guckt aber dann auf die Karte, wo ich da bin. Wo ich sein könnte. Die Karte macht hier so einen Schlenker. Legen wir uns aber wieder hin. Und gucken auf die Karte. Ähm, ja. Hier, Tschernogorsk. Das ist die übelste große Stadt. Oder auch Elektro direkt daneben. Da gibt's Krankenhaus und hast du nicht gesehen alles. Da... Da seht ihr so ein paar Sachen. Weiß gar nicht, was die ganzen Symbole hier heißen. Supermarkt. Und da muss man dann plündern. Da ist Tankstelle. Weiß gar nicht, was das hier ist. Militär. Es gibt aber noch Karten im Internet. Da kann man viel mehr sehen. Ich glaube, weil das hier Factory ist. Da war ich auch eben Factory. Dass ich hier oben... Ich bin hier irgendwo oben. Da bin ich irgendwo. Dass ich hier echt an Tscherno ziemlich nah dran war. Und, ähm... Von Tscherno sollte man sich schnellstmöglich fortbewegen. Weil da sind halt... Da können halt eben viele Spieler sein, die einen umschießen. Und das ist halt eben ziemlich doof. Da fangen wir mal aufrecht... Immer auf der Suche nach dem... Schwein des Lebens. Schweine oder Kuh des Lebens. Ups. Hab ich da was gesehen? Ne. Und, äh... Wir werden dann auch immer mal auf einen High-Populated-Server gehen. Und da geht dann richtig die Post ab. Das ist dann ziemlich doof. So, was haben wir da? Ah, diese... In diese Häuser kann man gar nicht so wirklich rein. Hier ist auf jeden Fall eine Stadt. Und da könnten wir mal reingehen. Und vielleicht ist ja auch hier irgendwo eine Kuh. Man muss sich immer so echt taktisch vorgehen. Wer bei der Bundeswehr war und hat... Da ist ein Zombie. Ich zeige euch mal einen Groß. Ein Zombie. Könnte auch der mein netter Nachbar sein, der gerade eingesoffen hat. Und... Ich gebe mir gar nicht mehr Arbeit machen. Wir haben mal. Already. Und, ähm... Ja, orientierend kann man sich halt eben an den Ortseingang schildern, wenn da mal Jelche da sind. Da ist ein 1. Okay, das... Ich bin noch zu weit weg. Ich kann jetzt nicht hier ranzoomen. Ähm... Man hat hier auch teilweise die... Auf den Ortseingangsschildern stehen nur kyrillische Buchstaben drauf. Aber man kann sich daran echt orientieren. Ich werde aber trotzdem in der Waldfläche bleiben, ja. Das ist mir echt zu heiß, das Ganze. Ich weiß nicht, was ist denn da? Warte mal, der wollte ich noch gucken. Ich spinne mal kurz bis da vorne hin. Dieser Schuppen... Kann ja sein, äh... Kann ja sein, äh... Dass man da reinkommt. Ich weiß es nicht. Das ist mal so ein kleiner Schuppen. Also ein paar, ähm... Häuser lassen sich halt eben looten, aber viele halt eben nicht. Ihr habt ja erstmal so eine kleine Einführung bekommen. Natürlich, äh... Hätte ich euch am liebsten jetzt gezeigt, so wie ich auch komplett mit Null starte. Ich bin quasi so ein kleiner Cheater. Okay, da ist ein Stall. Das ganz große Gebäude, das lange ist, ist ein Stall. Da könnten wir reingehen. Da könnte was... Könnte man was finden. Das ist so, macht doch Sinn, aber... Das Haus kommt mal nicht rein. Da ist wieder ein Zombie. Das Haus kommt mal nicht rein. Wir laufen, äh... Hinter zum Stall. Rechts hinter dem Debugmonitor hat man noch ein Ohr und ein Auge. Und, äh... Je nachdem, wie man sich fortbewegt. Jetzt hat man am Auge so zwei Striche. Das heißt, wir können recht gut gesehen werden, wenn wir jetzt aufstehen bleiben. Nur noch ein Strich. Wenn wir uns hinlegen, kann man... So gut wie gar nicht mehr gesehen werden. Wenn man ein bisschen robbt. Weiß ich gar nicht, ob er was macht. Da haben wir gerade... Wir können auch volle Pulle laufen. Also siehst du, dann habt ihr gerade mal so zwei Striche am Ohr. Da wir jetzt hier über, ähm... Ja... Rasen, rumwarten. Am Watscheln sind. Kann man das auch nicht hören. Auf der Straße hört man dann einen wieder gut. Und, äh... Das hat nur... Hat Relevanz nur zu den Zombies. Ah, da ist eine Kirche. Da können wir auch mal reingehen. Hier ist eine schöne Mauer. Da kommt man nur... Wenn man V drückt. Cool gemacht. Man kann nicht in ein Spiel springen. Ist auch gut so. Wäre auch ein bisschen unfair. Ich beobachte das Ganze erstmal so. Da ist... Auch noch ein Zombie da unten. Der kriecht. Der hat keine Beine mehr. Der hat auch zu viel gesoffen, der Jupp. Da sind Marita ist am Rum... Äh... Schlawenzeln. Hier kann überall Sniper. Hier kann überall Sniper sein, die einen wegknallen. Es gibt so... Fast so gut jede... Jede militärische Waffe. M4. Wobei... Wo soll ich denn an denen vorbeikommen? Gibt es denn da irgendwie so ein Loch in der Mauer? Ist mir zu heiß. Ich will auch nicht sterben. Ich bin jetzt echt gut equippt hier. Und das macht dann... Das will mir auch halten an das Gear. Und mit 26 Schuss... Ähm... Ist halt eben nicht... Wenn ich jetzt schieße, dass die AK-47 so ziemlich laute Waffe ziehe ich andere Zombies an. Er kann mich da... Könnte mich schon sehen. Also die können echt von... Weitlich schon wittern. Ich umlaufe mal... Das ganze Gebiet hier ziemlich jetzt groß. Großen Bogen da oben rum. Und dann hinter das Dorf. Aber hier dürfte mich jetzt keiner sehen. Laufen wir mal. Man kann auch sprinten mit Doppel-W. Dann fängt auch gleich so ein bisschen an zu keuchen an. Und wenn man dann zielt... Ähm... Hat man so einen kleinen... Äh... Wie heißt das? Äh... Ja, ein unruhiges Aiming. Und der keucht auch ein bisschen. Und das ist... Verdammt realistisch. Aber gut. Einziges, was ja nicht realistisch ist, dass er ziemlich lange so sprinten kann. Okay, jetzt wird er langsamer. Mal nach der Ausschau in einer Kuh oder Tieren. Damit wir was zerlegen können. Und uns Fleisch braten können. Okay, hier ist eine Straße. Und es gibt auch Fahrzeuge im Spiel. Aber die müssen meist repariert werden. Es gibt Helikopter-Crash-Sites. Also... Da ist man dann... Da sind viele Zombies dann. Militärische Zombies. Da kann man in einem Helikopter was finden. Die Mobilen da übers Feld. Gibt auch manche Menschen, die so wahllos dann dagegen im echten Leben, auch in der Großstadt, so rumroppen. Da sind, äh... Keine Ahnung, die verwirrten halt, ne? Oh, ich geh mal wieder lieber in den Wald. So ein bisschen zumindest. Es macht übelst Bock, das Game. Der Flair. Das Ganze. Ich hätte natürlich nur gerne eine richtig fette Grafik, aber... Ja, abonniert mich schön. Empfiehlt mich weiter, dass ich viele Abos bekomme. Viele Views, viele Klicks. Und vielleicht kann ich dann irgendwann mal durch YouTube leben. Aber da muss ich einen guten Job vorher machen. Und dann muss man eine lange Zeit machen. Ah, da, okay. Da ist auf jeden Fall ein Schild. Kann ich durch meine Scheiß-Grafik nicht sehen. Alles klar. Ist jetzt wackelt so ein bisschen, äh... Das, äh... Mor... Nebka. Mor... Nebka. Also, das war etwas ruhiger. Weil das sich gerade beruhigt. Ich leg mich mal hin und gucke auf die Karte. Schicken wir mal kurz noch die Gegend hier. Ist aber nix. Mor... Nebka bin ich. So, jetzt bin ich gespannt, wo das hier ist. Mor... Nebka. Kann ja nur hier nördlich sein. Wo sind wir denn hier? Jetzt muss man sich erst mal ein bisschen zurechtfinden. Das ist halt eben ziemlich geil. Soweit können wir noch. Mugi-Lefka. Das ist kein kleines Dorf, was wir da haben. Das ist ne Burg. Hier ist die Uhr, die man hat. Ist ja viertel nach sechs. Kannst ja noch irgendwo hinziehen, wo man möchte. Tja, wo sind wir denn? Mor... Nebka. Das ist aber komisch. Ähm... Ich geh nochmal da hin. Kann man das sehen? Ich gucke mal das nochmal alles an. M... Das hier zufällig. Mor... Nebka. Ich geh davon aus, dass wir da sind hier. Mugi-Lefka. Kann das sein, dass ich schon so weit gelaufen bin? Mugi-Lefka ist, äh... Da. Cerno. Das kann sein. Ich gucke es nochmal kurz an. Kurz Pause. Einen Moment. Wir sind wieder da. Wie man da grad sehen kann. Da ist ein Zombie. Und der ist zum Glück ein bisschen besoffen. Und, äh... Ich werd mich jetzt mal ganz schnell verpissen. Hätt nicht gedacht, dass der hier rumgewackelt bekommt. Äh... Mor... Nebka. Das heißt, das ist so Mugi-Lefka, was wir da grad gesehen haben. Das war absolut richtig. Man muss sich da vielleicht am Anfang so ein bisschen dran gewöhnen. Ähm... Die Stadt hat nix besonderes, außer ein Brunnen. Bis zum nächsten Mal,. Untertitelung des ZDF, 2020